Herzlich Willkommen und ein total spontanes Hallo von eurem Herringway. Wir machen heute total spontane Dinge, wie zum Beispiel einen total spontanen Spontan-Stream. Der startet ungefähr um 20 Uhr. Schaut doch einfach mal rein. Link zum Stream findet ihr in der Beschreibung. Link zum Chat zum Stream findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Und wer wird dabei sein? Ich, Schnubbi und Trizer. Und wir zocken wahrscheinlich Monster Hunter. Und es wird wahrscheinlich bei Monster Hunter bleiben. Aber darüber hinaus labern wir halt. Das ist irgendwie jetzt das heutige Thema des Tages. Irgendwas in der Art jedenfalls. Und wer dabei sein möchte, der ist herzlich eingeladen, irgendwie der ganzen Geschichte beizuwohnen. Also wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen. Bis nachher.